Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Videobeitrag. Mein Name ist Irmgard Schön, dass ihr, dass du auch heute hier wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder Rudi Alexander Daniels zu mir eingeladen. Diejenigen von euch, die das letzte Video schon angeschaut hatten, da ging es um das Thema Energiearbeit. Wie funktioniert das? Und heute gehen wir noch eine Etage weiter und unterhalten uns über das Thema Energiearbeit, über die Ferne. Wie funktioniert das denn? Und da sage ich jetzt ganz herzlich Hallo in die Nähe von Dresden zu Rudi Alexander Daniel. Hallo lieber Rudi. Hallo Irmgard, grüße dich. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ich habe es ja schon angekündigt, dass wir heute das Thema noch ein bisschen vertiefen und heute noch über das Thema sprechen, wie Energiearbeit denn auf die Ferne funktioniert. Weil das ist ja etwas, was für unseren Verstand noch weniger greifbar ist. Genau. Ja, wenn du so willst, ein ganz verrücktes Thema und ganz verrückt für unseren Verstand und gar nicht so einfach nachzuvollziehen und trotzdem gibt es auch irgendwelche Erklärungen dafür. Ich kann dir mal sagen, weil ich jetzt gerade den Begriff Verstand erwähnt habe, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Eine gute Freundin, das liegt jetzt schon Ewigkeiten zurück, also Mitte der 90er Jahre, eine gute Freundin, mit der hatte ich telefoniert und die sagte, ja, sie hat jetzt richtig Bauchschmerzen und was er da machen soll und ob sie Tabletten nehmen soll und 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 und. Dann sage ich, ach, das ist ja aber schade, dass du nicht hier bist, dann könnte ich dir ja mit dir eine Energieübertragung machen und dann schaffen wir es vielleicht auch, dass die Schmerzen dann weggehen. Und dann sagt sie ganz spontan, ja, aber das geht doch vielleicht auch über die Ferne. Jetzt habe ich den Begriff Verstand benutzt, weil mein Verstand hat dann erst mal komisch geguckt und dann habe ich mal gedacht, okay, ich habe schon so viele verrückte Sachen erlebt, dann probieren wir das doch einfach mal aus. Und dann aufgehört zu telefonieren, sie hat sich hingelegt zu Hause und ich habe mir vorgestellt, dass sie würde da liegen zu Hause und habe mich natürlich verbunden mit göttlicher Energie, das ist immer die Voraussetzung, weil die Heilung geschieht ja durch die göttliche Energie, habe ich verbunden und habe mich dann auf sie konzentriert und habe mir vorgestellt, ich bin jetzt genau neben ihr, so als wenn wir in einem gemeinsamen Zimmer wären. Und dann war die erste große Überraschung, also mein Verstand war überrascht, meine Intuition, meine Seele und mein göttlicher Kern waren überhaupt nicht überrascht. Ich habe gesagt, es wird langsam Zeit, dass man da auf den Trichter kommt, dass es auch so geht. Und dann war ich also überrascht, mein Verstand, dass meine Hand angefangen hat zu kribbeln. Also wie bei einer normalen Energieübertragung, also spüre die Energie durch das Kribbeln und ja, dann 20 Minuten später, ich habe das 10 Minuten gemacht mit ihr und 20 Minuten später haben wir miteinander telefoniert und dann sagt sie, mein Bauchweh ist weg und sie hat auch das, sie hat ja auch ein Kribbeln gespürt. Okay. Das war für mich so der Quantensprung für meinen Verstand und heute ist es so, dass ich, also mindestens 80 Prozent der Energiearbeit, die ich mache, ist auf die Ferne und da spielt es absolut keine Rolle, wie weit jemand weg ist. Also man kann, man kann auch einen Abstand haben von ein paar Metern beispielsweise, man kann Abstand haben, Neuseeland, Australien, Hawaii, völlig egal, spielt keine Rolle. Und es gibt natürlich auch auf der Physik-Ebene gibt es auch Erklärungsansätze, also es gibt dann die Quantenverschränkung, da kann jeder mal googeln, wenn er möchte, das wird jetzt auch zu tief führen, wenn man jetzt da ganz intensiv in diese Thematik reingeht, aber das ist einfach so, dass zwei Quanten, die unendlich weit entfernt liegen, aufeinander reagieren, was eigentlich gar nicht sein könnte. Also der Einstein hat damit damals große Probleme gehabt und diese Quantenphysik ist auch schon 100 Jahre alt, aber ist noch gar nicht in unsere Physik, hat in unsere Schulphysik einen Einzug gehalten. Und dann gibt es aber noch so andere Hinweise, es gibt zum Beispiel beim Yogananda einen Hinweis, der sagt, wir Menschen haben eine Sendestation und eine Empfangsstation. Er sagt zum Beispiel, bringt das Beispiel, dass ein junger Mann im Krieg angeschossen wurde und er im Sterben liegt und dann in seiner Verzweiflung ein junger Mann, sagen wir mal 20 Jahre alt, und er denkt dann an seiner Mutter, er weiß, er stirbt. Und die Mutter spürt das. Und die spürt das im Herzen. Also der Yogananda, der Yogi, der bekannte Yogi, hochgeschrieben unter anderem Autobiografie eines Yogis, der erklärt es damit, dass der junge Mann mit dem dritten Auge den Gedanken schickt und die Mutter empfängt das mit dem Herz. Also das ist unsere Empfangsstation und das ist unsere Sendestation. Und das ist unglaublich kraftvoll. Und dann bekommt die Mutter ein paar Wochen später oder zwei Wochen später meinetwegen einen Brief, dass ihr Sohn gefallen ist. Und dann kann sie rückblickend sagen, ja, ich habe das wahrgenommen. Genau der Todeszeitpunkt hat mit dem übereingestimmt, was ich wahrgenommen habe. Also das sind so. Und dann noch ein dritter Punkt. Kommen wir nochmal zurück zur Physik. Es gibt den Markus Schmieke. Den kann ich auch sehr empfehlen. Das ist ein Physiker, der auch viele Jahre als Mönch in Indien gelebt hatte. Und der verbindet die Physik mit Spiritualität. Und der spricht beispielsweise von Bewusstseinsfeldern. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir versuchen, jetzt irgendwie gedanklich und auf der Klärungsebene in den Griff zu kriegen, die ganze Sache. Das ist natürlich noch viel komplexer, aber man kann es auf das vielleicht auch ein bisschen reduzieren. Und er spricht von Bewusstseinsfeldern. Es gibt ja auch in der Physik elektromagnetische Felder und, und, und. So gibt es Bewusstseinsfelder. Und Bewusstsein, das finde ich eine ganz interessante Geschichte, was die Energieübertragung auf die Ferne betrifft. Wenn er von Bewusstseinsfeldern spricht, dann könnte ich sagen, das läuft, wenn ich Energieübertragung auf die Ferne mache, genauso, weil ich mich mit meinem Bewusstsein, mit göttlicher Energie verbinde. Und das ist eine ganz hohe Schwingung. Und der Mensch, um den es geht, der verbindet sich auch aus ganzem Herzen, also öffnet sich ganz aus ganzem Herzen mit dem, was für ihn göttliche Energie bedeutet. Und dann sind wir in einem gemeinsamen Feld. Und das Feld, da gibt es keine Begrenzung. Das Feld, das kann unendlich groß sein. Das kann also Universen umfassen. Die Begrenzung findet nur hier in unserem Kopf letzten Endes statt. Die findet nur im Kopf statt. Und deswegen fühle ich auch ganz viel Dankbarkeit, dass die Quantenphysik das jetzt auch auf den Punkt bringt und die Quantenphysik immer mehr das bestätigt, was spirituelle Erkenntnisse schon, die gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Und jetzt kommt die Physik, die Quantenphysik und bestätigt das. Das heißt also, da gibt es Felder und wenn wir uns in diesem Feld, in das gemeinsames Feld finden, das Gemeinsame wäre göttliche Energie, kann unterschiedliche Namen bedeuten, das spielt keine Rolle, göttliche Energie. Und dann sind wir in dem Feld göttliche Energie. Und da wir uns für diese göttliche Energie öffnen, geschieht durch diese Energie Heilung. Und dann ist es natürlich gut, wenn jemand richtig offen ist. Das erleichtert das Ganze. Aber ich habe auch schon erlebt, dass Leute, die ganz skeptisch waren, dass die dann trotzdem Heilung erfahren haben. Und manchmal, das hast du bei dir selbst erfahren, manchmal hat man viel mehr Potenzial oder sagen wir mal spirituelles Potenzial, als man das geglaubt hat. Vor 30 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich so eben sowas machen würde, was ich jetzt mache. Ja, 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 klar. Ja, da könnte ich ja auch viele Geschichten jetzt erzählen. Gerade von unseren ersten Begegnungen. Machen wir vielleicht irgendwann mal nochmal. Also, es ist jetzt klar geworden, wie das Ganze funktioniert. Es gibt ein großes Bewusstseinsfeld. Und in diesem Bewusstseinsfeld treffen sich dann die beiden Felder nochmal aufeinander und die Energie fließt. Und das Beste, was ich dann eben als Klientin oder als Hilfesuchende, wie auch immer ich mich bezeichne, möchte, dann machen kann, ist mich einfach drauf einlassen. Zu Hause dann eben auch, wenn ich jetzt von der Energieübertragung auf die Ferne spreche, zu Hause mir ein Plätzchen suche, wo ich einfach ungestört bin, gleich auch eine Kerze anzünde, hinlege und einfach geschehen lasse. Vielleicht auch mental mich drauf einrichte oder wenn ich ganz skeptisch bin, einfach mal geschehen lassen. Das ist die beste Voraussetzung wahrscheinlich. Ganz genau. Es ist ganz wichtig, dass man auch offen ist. Also, wenn man sagt, das ist eh Quatsch, dann brauchen wir es auch gar nicht, brauchen wir es auch gar nicht machen. Ja, ja, ja. Es gibt natürlich noch eine andere Erklärung, auch für unseren Verstand oder wie du immer so schön sagst, für unseren Denker. Ja, Es gibt ja diese, wir haben ja von Bewusstseinsfeldern gesprochen, es gibt ja die morphogenetischen Felder. Ja. Da haben wir eine Erklärung auf der Ebene der Biologie. Ja, ja. Also, dieser berühmte... Robert Scheldrick, ne? Robert Scheldrick, der hundertste Affen. Kann ich ja gerade noch mal in zwei Minuten das erklären, für diejenigen, die das nicht kennen. Also, es gab Wissenschaftler, die haben in der Südsee Affen beobachtet und haben dann beobachtet, wie diese Affen auf einer bestimmten Insel die Süßkartoffeln gewaschen haben, bevor sie sie gefressen haben. Ja, das war der... Und dann haben sie das beobachtet und dann ab etwa... Ja, danach kamen immer die Affen, die haben das nachgeäfft sozusagen. Ja. Und dann etwa ab dem hundertsten Affen, deswegen der Begriff, das Prinzip des hundertsten Affen, etwa ab dem hundertsten Affen, haben die Affen auf Nachbarinseln, wo kein Kontakt da war, ebenfalls angefangen, die Süßkartoffeln zu waschen, bevor sie sie gefressen haben. Ja. Und der Scheldrick, der spricht da von morphogenetischen Feldern oder von morphischen Feldern und erklärt es damit. Also, so ein ähnliches Prinzip. Und da konnten wir das nachweisen. Ja. Und dann hat es immer weiter... Also, wenn eine bestimmte Energie, eine bestimmte Kraft da ist, dann kann etwas bewegt werden. Ja. Das ist ja auch so, bei der Fernsitzung, wenn man eine bestimmte Kraft bündelt, dann können auch Krankheitssymptome aufgelöst werden, die uns sehr zu schaffen machen. Dann können Energieknoten aufgelöst werden, dann kann Krebs geheilt werden. Das habe ich alles schon erlebt, das ist alles möglich. Und welch höhere, also das ist meine persönliche Meinung, welch höhere Kraft gibt es, als die göttliche. Also, wenn Gott uns geschaffen hat, wenn es so war, ja, und wir verbinden uns mit dieser Energie, die in der Lage ist, Menschen zu erschaffen, ja, dann ist es da auch, wo ist da das Problem, dann diese, die Menschen zu heilen mit dieser Energie. Genau. Und an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, ich mache das nicht. Ich möchte mich jetzt nicht so verstanden wissen, dass ich jetzt irgendwie der Heiler, der große Heiler und, 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 das bin ich nicht, sondern ich bin einfach Kanal göttlicher Energie und ich leite das weiter. Ja. Weiter auf der Ferne oder auch zu Hause. Ja. Das war ein wunderbares Schlusswort, lieber Rudi. Auch das ist jetzt klar geworden, wie Energiearbeit auf die Ferne funktioniert. und wenn du dich gerade in einer Situation befindest, wo du das Gefühl hast, das wäre etwas, was ich gerne mal, ja, zusätzlich oder auch überhaupt alternativ ausprobieren möchte. Ich verlinke euch die Seite von Rudi hier in der Infobox unter diesem Video und dann nehmt gerne Kontakt zu Rudi auf. Ja, ihr Lieben, vielen Dank für euer Dabeisein, für euer Interesse. Ich sage Tschüss, schicke euch eine ganz herzliche Umarmung und bis zum nächsten Mal. Das war die Anwalt und Ja, Rudi. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.